Hallo und herzlich willkommen zur 58. Folge meines Let's Plays vom LS17 Ostalgie auf der Petit Ile. Und ihr seht schon, es regnet. Ja, ich dachte ja, hier regnet es nie, aber doch tatsächlich. Wir haben Regen. Ja, passend zum Wetter jetzt gerade momentan hier draußen. Regen, Dauerregen. Ich glaube, heute regnet es nur einmal und ja, kuschelig warme 12 Grad. So, ich habe gesagt, ich lasse die Produktion leer laufen. Also wir sind hier gerade bei der Sojamilchfabrik. Die Sojabohne sind leer, Wasser gut, lassen wir drin, Treibstoff natürlich auch, Gülle ist halt so. Ja, Milch habe ich jetzt schon mal, ihr habt es gesehen, da habe ich mir den LKW mit dem Tankauflieger gemietet, habe den schon mal voll gemacht. Das heißt, die Sojamilch werden wir noch verkaufen fahren. Da fahren wir dann zweimal, dass auch wirklich alles leer ist. Jetzt werden wir aber zuallererst hingehen und diese 8707 Liter Schweinefutter holen. Mal gucken, womit wir das machen. Ich glaube, mit dem eher nicht. Besser mit dem Blaubärchen. Der ist auch ein wenig flotter unterwegs. Das Licht sollte man nur anmachen. Ich glaube, einmal reicht. Und wie gesagt, ja, heute pausiert das mit dem Mais häckseln. Und wir kümmern uns jetzt erst mal um die Tiere, die Schafe brauchen auch Wasser, das werden wir auch noch machen. Aber eins nach dem anderen. Jetzt holen wir zuerst mal das Schweinefutter. Ich befürchte auch, wir können mal schnell gucken, dass die gar nichts mehr haben. Oh, fast. Das ist, ja. Und ihr seht schon, also auf jeden Fall Wasser für die Schafe. Bei den Kühen sieht es soweit ganz gut aus. Da können wir vielleicht auch mal bei den Schweinen dann auch gleich Stroh nachlegen. Dann haben sie bei dem Wetter auch ein trockenes, kuscheliges Bettchen. Zu tun haben wir also genug. So, halt den nochmal aus. Da das hier ja mit dem Auffüllen immer relativ lang dauert, würde ich sagen, wir fahren schon mal los und bringen die erste Ladung Sojamilch weg. Ich muss mal gucken, wie wir dann da am besten fahren. Auf jeden Fall erst mal auch die Hauptstraße hier. Und wenn ich das jetzt recht in Erinnerung habe, dann war es, glaube ich, so die letzte Abzweigung nach links vor der, genau, vor der Fähre. Ja, Milch verkauft, da hinten haben wir es. Beim Viehhändler. Das müsste die hier schon sein, oder? Ne, die nächste. Da geht's rein. Also, das ist aber auch ein Wetter. Fürchterlich. Hui. Fahre mal ein bisschen mit Bleifuss. Naja, was heißt mal und ein bisschen eigentlich immer. Ihr wisst ja. Ja, wo? Eigentlich wollte ich ja nur 30 fahren, aber die 25.000 Liter Soja-Milch, die schieben so. So, gucken wir mal. Können wir da jetzt am besten hinzirkeln. Geht ja auch schon los. So, dann gucken wir wieder hoch. Ähm, wie sieht's beim Schweinefutter aus? Da waren wir. Hoch. Hier. Ja, ich sag ja immer, mit der ganzen Mieterei, da leidet natürlich der Kontostand. So, dann können wir jetzt schon mal wieder anmachen. Wie sieht's eigentlich beim Tierbestand allgemein aus? 15 Schafe, haben wir jetzt 19 Schweinchen und 23 Kühe schon mittlerweile. So. Oh, oh Gott. Und jetzt muss ich sehr gut aufpassen, weil wenn ich da hänge, bleibe jetzt wieder. Ihr könnt euch vielleicht erinnern. Das wäre ganz arg schlecht. War ja schon um das andere Schweinefutter elend schade, aber das war ja Gott sei Dank nicht ganz so viel wie jetzt. Also das wäre wirklich Worst Case. Ich hoffe, ich kriege das hin. Aber mit dem haben wir es ja jetzt schon ein paar Mal gemacht, damit ist nichts passiert. So, schön wegbleiben vom Trog. War mir klar. Das war jetzt zu gut gemeint und zu weit weg vom Trog. Ich hab's geschafft. Sehr schön. Wie sieht's jetzt aus? Bei den Schweinchen reicht das eine? Oh, das hat genau gereicht. Wunderbar. Wunderbar. Ja, dann werden wir jetzt mal hingehen, werden den Hänger hier gleich wieder hochstellen. Dann holen wir uns die restliche Sojamilch, fahren die schnell verkaufen. Das geht ja mit dem LKW Gott sei Dank schnell. Weil dann können wir den auch gleich wieder zurückgeben. Und dann würde ich sagen, das kann man aber jetzt schon mal herrichten. Dann nehmen wir ein Wasserfässchen mit für die Schafe. So, das bleibt hier. So, aufpassen, dass ich das Dieselfass nicht mitnehme. Aber die ist jetzt ja gelb. Alles andere ist rosa. Dann mal Wasser holen. Und während es auffüllt, wie gesagt, der Rest Sojamilch. Und dann, uh, dann lassen wir die Fabrik auch erstmal Fabrik sein. Gut, was wir vielleicht noch machen können, weil wir ja jetzt sowieso schon den LKW da haben, wir können die Gülle leer machen und können die noch am Hafen verkaufen. So, also. Der bleibt da. Mit dem fahren wir wieder zurück. Wie auch immer das jetzt gut gegangen ist, ich habe keine Ahnung. Aber einmal darf ich auch Glück haben. Ja, ja. Die robuste Osttechnik. Ist aber auch ein schönes Gespann. Ich mag den LKW und den Tankauflieger. Hatte ich auch schon immer gern, als ich auf der Kaukasus noch gespielt habe. Gut, also hier wäre es auch reingegangen. Merken fürs nächste Mal. Oh, ich habe mir nicht geblinkt. Jetzt schon mal vorausblinken. Ja, heute läuft es aber, gell? Ja, ja. Wenn es läuft, dann läuft es, wie ich immer sage. Wenn es nicht läuft, läuft es auch nur leider dann in die falsche Richtung. Das war jetzt eher nix. Der ist aber auch sehr flott unterwegs. Naja, jetzt aber. Du willst doch jetzt auch nicht noch mal hängen bleiben wollen dran. Nein. So. Wie viel haben wir denn da drin? Ja, das dauert jetzt auch ein bisschen. 16.000, 15.000. Irgendwas haben wir noch drin. Den machen wir aus. Dann suchen wir unsere Blaubeerchen wieder. Wo ist es? Da ist es. Und dann machen wir uns schon mal auf den Weg zu die Schafe runter. Also sprich zur Fähre. Aber es schadet auch jetzt nichts, wenn es mal zeitlang regnet hier. Ingame. Und dann machen wir uns schon mal. Ihr wisst ja, die Natur braucht den Regen und so. Ich werde jetzt auch mal ein bisschen mehr in der Außenansicht fahren. Und ich habe so viele schöne Gerätschaften. Ich will die auch mal öfter und auch mal länger sehen. Also eben sieht ja rosa-rote Hansi überhaupt putzig aus, oder? Find ich schon. Find ich schon. So. Bis die denn jetzt da hinkommen? Bis die vorgerutscht? Ach, das ist ja lustig. Ach, das ist ja lustig. Bis die vorher schon bremsen wird, bis das Blaubeerchen wieder nach vorne schiebt. Oh, falsche Lichtung. Oh, falsche Lichtung. Oh, falsche Lichtung. Oh, falsche Lichtung. Ja, Blaubeerchen, sei tapfer. Das hilft alles nichts, wir müssen wieder rein. Bleibt mir ja auch weg. Oh je, das ist ja wieder das Pieselfoss. Hehe. Sag ich's nicht. Na toll. Hahaha. Super. Hat sich natürlich jetzt für die paar Liter extremst gelohnt, ja. Sind wir schon auf der Fähre? Ja. Und wir schippern wieder zurück mit atemberaubenden 10 kmh. Ich bin klar per Wir schauen jetzt nochmal. Ja, das ist wirklichko. Okay, glaub ich. Was ist denn fast jetzt? Hämst ihr so? Ja. Da? Aber sieht auch hübsch aus, so hier im Regen, oder? Oh ja, das habe ich nur eingestellt. Das ist schön. Also da über die Konsole, dass man hier mit O das Interface komplett ausblenden kann, mache ich immer für die Screenshots. Ich finde, das sieht dann einfach hübscher aus, die Screenshots ohne Interface. So, hui, hoppla. Oh, ich kann auch was machen, wenn wir ins Blaubärchen reinkommen. Jawohl, das hat ja sehr schön geklappt. Für das Regenwetter sind die aber auch hier leicht und luftig noch angezogen. Ist bestimmt warmer Regen. Habe ich auch schon ewig nicht mehr erlebt, also so im Real Life, das war, zumindest in meiner Kinderzeit, war das normal. Warmer Regen war was Schönes, so im Sommer, das war toll. Aber jetzt haben wir im Sommer 30 Grad, dann regnet es und dann, ja, 15 Grad. Schauen wir mal, ob die Kühe noch Wasser haben wollen oder die Schweinchen. Ich glaube, ein bisschen hat gefehlt, wenn wir eh schon dabei sind und das Fass jetzt dran haben. Dann machen wir bei denen auch gleich wieder voll. Ja, und dann standen wir auf dem Plan, die restliche Sojamilf verkaufen. Uh, oh, 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 das ist schön. Und dann können wir uns in der nächsten Folge auf jeden Fall wieder um der Mais kümmern. Da sind wir ja auch noch eine ganze Weile nicht fertig. Ha, diesmal ohne die Mauer zu touchieren. Habt ihr das gesehen? Ja. Da auch noch ein bisschen was hinpieseln. Und dann schnell rüber zu den Schweinchen. Ich sehe gerade, wieso für euch eigentlich nie hier die Kühe füttern. Wäre vielleicht einfacher. Okay, gut. Die wollten jetzt nicht ganz so viel. Dann stellen wir das Fässchen wieder hoch. Und das Blaubeerchen darf dann natürlich auch wieder ins Trockene. So. Du darfst gleich da bleiben. Ja, cool. Dann brauchen wir unseren LKW nochmal. Jawohl, der hat der Rest schon geladen. Dann ist hier auch soweit alles leer. Ja gut, die Gülle haben wir noch gesagt. Aber das ist jetzt auch nicht so tragisch. Da kommt ja erstmal keine dazu. Können wir aber dann auch in der nächsten Folge noch komplett fertig machen. Ich habe ja gesagt, wir wollen Stroh nachlegen bei den Tierleinen. Ja, mal gucken, wie wir das machen. Da wird die nächste Folge vielleicht doch noch so halb halb quasi. Also erstmal da noch Stroh, Gülle und dann weiter mit dem Mais. Dann direkt. Dann. 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 Ja, das werde ich mir aber dann noch überlegen, wie wir das dann am besten machen. Ihr werdet es ja dann sehen. So, gut. Während ich jetzt hier die restliche Sojamilch verkaufe, würde ich sagen, ich komme für diese Folge zum Ende. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer eine gute Zeit und sage Tschüss.